Hallo und herzlich willkommen zu Finance TV. Wir sprechen heute über den Agrarhändler Baywar. Bei mir zu Gast ist Andreas Helber. Er ist seit 2010 der erste CFO dieses Unternehmens. Herzlich willkommen. Grüß Sie. Herr Helber, Sie haben ein Geschäftsmodell, das muss man ein bisschen erklären. Sie hatten Ende 2011 ein EBIT von 151 Millionen Euro und eine Nettoverschuldung von 1,4 Milliarden. Da wird es wahrscheinlich vielen Ihrer CFO-Kollegen den Schlaf rauben bei diesen Zahlen. Ihnen geht es verhältnismäßig gut. Woran liegt das, dass es bei Ihrem Unternehmen funktioniert? Ja, in der Tat, es liegt an unserem Geschäftsmodell. Wir müssen feststellen, dass wir jeweils zum Jahresende die höchsten Bestände haben und somit auch die höchsten Ziehungen unserer Fremdmittel. Wir finanzieren unser gesamtes Working Capital über kurzfristige Linien, die uns zur Verfügung stehen, in ausreichender Form zur Verfügung stehen. Das steigt auch bis zum 31. März geschäftstypisch an, sinkt dann aber dramatisch ab bis in den August hinein. Da halbieren wir die Bestände und natürlich auch die Mittelziehungen und insofern betrachten wir das auf einer durchschnittlichen Basis. Was sind so die Regeln, die Sie einhalten möchten an Finanzvorgaben? Naja, wir schauen uns natürlich unser EBTA zur Nettoverschuldung an. Das ist, wie gesagt, am Jahresende oder auch am 31. März überdurchschnittlich hoch, sinkt dann im Jahresverlauf ab auf ein Verhältnis von 2 zu 2,5. Wir wollen immer schauen, dass wir in einer Range sind zwischen 3 und 3,5. Da habe ich überhaupt kein Problem mit und das schaffen wir auch. Wir haben jetzt in den vergangenen Monaten auch einiges an Zukäufen gesehen von Ihrem Unternehmen, um die Beiber auch ein bisschen internationaler aufzustellen. Was ist der Hintergrund? Das ganze Kerngeschäft hat ja eigentlich auch jahrelang gut so funktioniert. Ja, wir wollen ja auch, dass das in Zukunft noch weiter so läuft. Wir haben vor den Zukäufen eine Reihe von Desinvestments gesehen. Das war auch ein Ergebnis der Strategieüberprüfung, die wir gemeinsam in dem neuen Management-Team angegangen sind. Dahinter steht der Wille, die Kapitalallokation in unserem Unternehmen zu verbessern, zu optimieren, um letztlich die Profitabilität des Unternehmens deutlich nach oben zu fahren. Wir haben als Ausdruck dieser Strategie alles verkauft, was nicht zum Kerngeschäft gehört. Diese ganzen Randaktivitäten sind verkauft worden und diese Mittel wurden reinvestiert in neue Akquisitionen. Sie haben es angesprochen. Wir haben uns ganz stark auf einen Bereich konzentriert, im Ausbau der erneuerbaren Energien. Diese Rechnung ist aufgegangen. Wir haben 140 Millionen in den Ausbau dieses neuen Geschäftsfelds investiert und bereits in den ersten zwei Jahren über fast 50 Millionen an EBIT zurückgeholt und auch einen ganz hervorragenden Start jetzt ins neue Jahr 2012 hingelegt. Also insofern war es eine Umschichtung des Kapitals, was übrigens auch noch weitergehen wird. Sie haben eingangs die Verschuldungsthematik angesprochen. Umwidmung von oder Reallokation von Kapital bedeutet auch, dass wir Kapital an Stellen, wo wir es gebunden haben, wo es nicht unseren Performanceansprüchen genügt, freien wollen, rausholen wollen und dann eben in andere profitablere Gebiete unseres Kerngeschäfts investieren wollen. Und ich denke hier gerade auch an den Agrarbereich. Haben Sie gewisse Tage zum Auge, wo Sie sagen, da könnte man in dem Bereich sich was anschauen? Wir haben ja gerade eine große Akquisition hinter uns gebracht im ersten Quartal mit dem Investment Turners & Growers in Neuseeland. Neuseeland ist nun nicht der nächste Weg, aber es geht fast nicht weiter weg. Aber es ist ein unglaublich interessantes Geschäft, was unser Obstgeschäft innerhalb des Agrarbereichs, ich will gar nicht nur sagen anreichert, sondern wirklich in eine Dimension führt. Wir werden jetzt eine halbe Milliarde bis 600 Millionen Umsatz in diesem Bereich machen. Der hat eben eine höhere Profitabilität. Die EBIT-Marge ist deutlich über dem, was wir in dem klassischen Agrarhandelsgeschäft erreichen können. Und deswegen war es für uns eine interessante Option. Aber wenn Sie fragen, haben Sie weitere Ziele im Auge? Brauchen Sie eine kritische Größe, um international überhaupt bestehen zu können? Ich denke, wir sind bereits der führende Agrarhändler in Europa. Wir wollen aber diese Position weiter ausbauen, weiter stärken, um international eine wirkliche Nummer zu werden. Nicht nur in Europa, sondern international. Und wir haben ja unlängst auf dem Markt in der Branche eine größere Übernahme gesehen, mit einem kanadischen Unternehmen. Ich denke, das ist der Weg, der zeigt die Konsolidierung, der Konsolidierungsprozess in der Agrarbranche. Der nimmt Fahrt auf und da wollen wir dabei sein. Sie haben mal als Ziel ausgegeben, dass Sie das Wachstum aus dem operativen Cashflow finanzieren möchten. Der war jetzt Ende des vergangenen Jahres zum Stichtag negativ. Wie geht es weiter? Ja, das ist eine, muss man erklären, eine Segnung. Natürlich auch der Cashflow-Rechnung. Und der operative Cashflow des Jahres 2011 war deswegen negativ, weil wir umfinanziert haben. Wir haben ja zwei Schuldscheindarlehen platziert, eines in 2010 und ein weiteres in 2011. Der Zufluss aus diesem Schuldscheindarlehen, der ist als Cashflow der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen und dient aber dazu, unser erhöhtes Working Capital saisonbezogen und auch wachstumsbezogen im Agrarbereich insbesondere zu finanzieren. Insofern werden Sie jetzt schon in 2012, wir werden kein weiteres Schuldscheindarlehen platzieren, Stand heute einen deutlich anderen Cashflow-Ausweis sehen. Aber zur Frage der Finanzierung zukünftigen Wachstums haben Sie ganz recht. Ich sagte ja bereits, Reallokation der Mittel, Reallokation des Kapitals. Wir beschäftigen uns, nachdem wir die Randaktivitäten ja bereits freigesetzt haben, sehr intensiv mit anderen Bereichen. Die BayWa ist bekannt als ein sehr substanzlastiges Unternehmen. Das kommt aus der Historie, das kommt aus der Vergangenheit. Wir haben allein knapp eine Milliarde zu Buchwerten im Immobilienvermögen stehen. Und hier sehen Sie schon, da ist insbesondere natürlich für den Finanzmann Optimierungsbedarf, da kann man rangehen. Wir setzen gerade drei Immobilienprojekte auf, wollen insgesamt da in 2012 noch einen Bereich zwischen 200 bis 300 Millionen, vielleicht wird es auch sogar mehr, an liquiden Mitteln ins Unternehmen zurückführen, und die wir dann nutzen wollen, um Akquisitionsopportunitäten auch bezahlen zu können, ohne die Verschuldung weiter aufzunehmen. Das ist nicht mein Ziel. Sie hatten den letzten Schuldscheinen Ende 2011 über 220 Millionen gegeben. Wieso haben Sie gerade Schuldscheine gewählt und nicht andere Finanzierungswege? Die BayWa ist ein ungerätetes Unternehmen. Trotzdem haben wir auch im Zuge des Ausbaus der erneuerbaren Energien gesagt, wir möchten einen Teil, und das sind jetzt ungefähr 50, 60 Prozent des Durchschnitts mit den 420 Millionen, die wir insgesamt haben, über eine längerfristige Finanzierung abbilden. Und hier haben wir das Schuldscheindarlehen gewählt. Dort konnten wir uns gut als ungerätetes Unternehmen am Markt platzieren. Wir haben diese beiden Darlehen zu extrem günstigen Konditionen, das war natürlich auch wichtig, vorrangig auch im Genossenschaftsbereich platziert. Das war eine gute Sache. Die Konditionen haben gepasst und deswegen haben wir es gemacht. Ich würde gerne mit Ihnen zum Abschluss auch unsere drei Fragen machen. Mit der Bitte um eine kurze Antwort gerne einfach Ja oder Nein. Die erste Frage, Sie waren am M&A-Markt aktiv. Werden wir in diesem Jahr noch mindestens einen Zukauf sehen von Ihnen? Ja, soweit man das heute sagen kann. Zweite Frage, das Eigenkapital soll im Durchschnitt die Quote bei 30 Prozent liegen, war jetzt Ende 2011 bei 27,3. Wird dieses Jahr die 30 Prozent wieder erreicht? Ich gehe davon aus, hängt ein bisschen davon ab, wie sich die Preise bei den Beständen entwickeln, ist unsere Zielmarke. Und zum Abschluss, werden wir innerhalb der nächsten drei Jahre eine weitere Finanzierung über Schuldschein oder Anleihe sehen? Nein, aber das habe ich vor einem Jahr auch gesagt. Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Das war es für heute bei Finance TV. Morgen um 12 sind wir wieder für Sie da. Schalten Sie gerne wieder ein. Machen Sie es gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017